Wir begrüssen Sie in der S8 nach Freienbach-Bär-Richterswil-Talwil. Freienbach Bär Richterswil Wettenswil Au Horgen Oberrieden Nächster Halt Talwil Diese S8 verkehrt heute nur bis Talwil. Reisende nach Zürich Hauptbahnhof steigen in Talwil um. Reisende in Richtung Rüschlikon-Wollishofen steigen bitte auf den Bahnersatzbus um. Grund dafür sind Bauarbeiten. Endbahnhof Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von ihnen. Wir begrüssen Sie in der S8 nach Oberrieden-Horgenau-Pfeffikon.